Ja, Gregor? Keinen Salat? Nein. Auch nicht? Okay, was ist das? Die Zitrone. Die Zitrone. Wer mag Zitrone? Ja? Magst du Zitronensaft? Limonade? Ja. Und was ist das? Die Traube. Ja, das ist die Traube. Okay. Und die Birne. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Die Ananas und der Apfel. Die Banane. Die Banane. Die Erdbeere. Ja, die Erdbeere. Was ist dein Lieblingsobst, Gregor? Das ist ein bisschen nicht so. Die Berge. Und die Apfel. Okay. Das ist noch die Orange. Was ist dein Lieblingsobst? Und die Orang. Der Apfel. Was ist dein Lieblingsobst von diesem? Nein, die Lieblingsobst. Das ist kein Obst. Ja? Was ist dein Lieblingsobst? Das ist Mango. Das ist Mango. Ja, Mango. Ja, okay. Wir haben auch Wassermelone und Melone. Und das ist Kirsche, Gregor. Kirsche. Und, glaube ich, was ist dein Lieblingsobst? Die Zitrone. Die Zitrone. Die Zitrone, ne? Die Zitrone. Okay, das überrascht mich. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist Suppe. Die Suppe. Ja, die Suppe. Und das ist der? Ja. Der Joghurt. Der Joghurt. Ja, Joghurt. Und das? Das ist die Zitrone. Vielen Dank.